So, jetzt könnt ihr eure kleinen Sehen beim Frühstück. Hier ist die Mama Queenie, die legt die Hinterlassenschaften noch weg, dann haben wir hier mit Orange den Filou, den Bruno, dann haben wir hier, wer bist du denn? Die kleine Inka, ist schon ganz beschmiert. Hier ist Irmchen. Dann haben wir hier den Cooper, mit dem hellgrünen Band und dem neongrün. Hier ist die Ileida. Da läuft der dicke Charlie. Er geht bei der Wille mal gucken. Ich glaube der ist schon satt. Bruno, mit Inka, Irmchen. Dann wieder Orange. Eine kleine Filou oder auch ein dicker Filou. Die wollen natürlich jetzt alle bei die Mama. Die können wir aber nicht reinlassen, dann ist das Essen weg. Die wuseln schon ganz schön hier. Alles durcheinander von der Nacht. Das ist ein bisschen Leder. Oh, hier ist ein Fremder. Da hat es scheiner dazwischen gemogelt. Da geh du mal, geh du an deinen Platz. Hier sind die Schokolinsen. Das ist unsere Billy. Kleine Billy. Ja, Billy ist aber zwei Wochen älter. Aber die Kleinen lernen von den etwas älteren. Deswegen haben wir die jetzt zusammengelassen. Komm, Filou, essen. Du schön essen. So. Schön essen. Queenie will natürlich jetzt gerne hier rein. Hier ist die kleine Inka. Die süße Maus ist unsere Kleinst aus dem Wurf. Kupa hat schön aufgeholt. Hier ist noch ein Tellerchen. Guck mal. Schön essen. Welpen? Welpen? Können sie schon gut. Das Hühnchen mit Welpenmilch und Welpenfutter gemischt. Und ein bisschen Reis. Alles gemixt. Zähnchen sind noch nicht da, aber die kommen bald. Zähnchen sind noch nicht da, aber die kommen bald. Ne, nie. Die Tutor steht auch mittendrin. Das ist die Mama Leila. Die Mutter ist auch begrüßt. Und jetzt das Irmchen. Ich glaub der Cooper muss ein Häufchen. Jetzt sind sie natürlich schön geschmiert. Ja, die müssen gleich gewaschen werden. Cooper, musst du mal. Na sie ist voll. Aber die lecken sich dort gleich alle ab. Hier ist der Filou. Der fängt schon mal an seinen Bruder abzulecken. Die machen sich gleich gegenseitig sauber. Und den Rest macht die Mutter. Selten müssen wir da mit dem Waschlappen nachhelfen. Da wird ein Häufchen gemacht. Das ist kein Irmchen. Das ist ganz jetzt nicht für Mama. Uno. Komm. Da kommt nix raus. Geh schön essen. Geh schön essen. Sonst ist nix mehr da. Sonst ist nix mehr da. Jetzt noch einer geschmiert. Ja. Ah. So. Der Teller ist fast leer. Ah. So. Der Teller ist fast leer. Da muss man aufpassen. Da muss ich noch keinen draufkrabbeln. Hier ist der Cooper. Oh. Der hat aber einen guten Zug. Der Cooper Schatz. Kommt die hier essen. Hier ist noch gutes. So. Der Turmchen ist schon satt. Er wird schon gespielt. Hier ist Iago Charlie. Nein. Der will jetzt nicht kochen. Oder? Charlie. Der will jetzt nicht kochen. Da kommt nix mehr. Da kommt nix mehr. Ihr müsst jetzt schön essen. So. Hier sind unsere zwei dicken Jungs. Zulu und Charlie. Ja. Die meinen immer noch, es gibt Flächen. Aber die Zeiten sind jetzt rum. Jetzt muss man vom Teller essen. Seid ihr schon groß? Ja. Hier ist der Bruno. Den Bruno auch mal. Können wir auch mal hallo sagen. Und hier ist der Bruno. Schatz. Kleine Meni. Kleine Meni. Kleine Meni. Upla. Upla. Hallo. Hallo. Hier ist unser kleiner Betty, die wird jetzt auch gerne hier reinkommen. Die war diese Nacht wieder bei den Kleinen, oder die ist nachts noch bei den Kleinen, macht schön auf. Ja, feste, auch schnell. Da hängt es fest, die Leder, macht jetzt auch ein Häufchen, das muss auch sein, das nützt nichts. So, hier werden sich schon gegenseitig die Bäuche abgeleckt. Ja! So, dann würden wir sagen, ein schönes Wochenende aus der Eifel. Bis bald! Auf Wiedersehen! Bis bald! 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 Bis bald!